Hallo und Willkommen zurück zu Soll Irgends was Rachel Foster Ja, das ist eine sehr gute Einleitung in ein Spiel, Bianca Ja Ich lass es so Ich lass es so So Squide So Squide of Rachel Foster So, glaub ich, in der Art Ja, ähm, wir haben ja in der letzten Folge Ähm, ja Ja, also hier wird was nachgestellt. Das soll Rachel sein. Und das sollen wir sein. Mit unserem Hawkeh-Schläger. Und wir haben irgends ein Geräusch da hinten gehört. Und, ähm... Okay, ich gehe einfach weiter. Schaufranzerpuppen sind irgendwie was... was einen ein bisschen Angst machen, finde ich. Die sehen immer so... Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich verstehe nicht. Ich wollte gerade schon noch sagen, dass wir Irving was gesagt haben. Aber, ähm... Er hat das wohl nicht ganz mitbekommen. Und... Ich glaube, dass Irving auch der Typ ist, den wir hier am Telefon hatten. Das ging ja einmal. Und ich glaube, das ist der... Ich glaube, das... Ja. Also, ich finde das... Ist ja aber unruhigend. Äh, Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter dem verschlossenen Tür im zweiten Stock? Dann gehen wir jetzt mal hin. Das ist zwar hier, ne? Die ist offen. Also, ich habe ja schon mal die Vermutung gesagt, dass Irving vielleicht hier ist. Ich glaube, er ist hier. Und, ähm... Ich weiß nicht genau, was er damit zu tun hat. Und ich weiß nicht, was wir damit zu tun haben. Und, äh... Ja. Ja. Er ist hier. Er war die ganze Zeit hier. Das ist sein... Von hier aus hat er 100 pro mit uns geredet. 100 pro mit uns geredet. Hätte das? Hier. Ah! Das ist alles. Was bedeutet Irving? Wie weit möchtest du dich? Wie viel kannst du nehmen? Was? Kaugier. Kaugierlich. 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 Kaugier. Ein Bild. Ein Lippstück. Das bedeutet, Rachel. Das bedeutet alles. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan, Irving? Diese Stücke sind mit Erinnerungen. Die Erinnerungen sind in die Stücke. Unter den Plänen. Sie riechen in die Gäste. Du bist nicht mit FEMA. Du, Jenkins ... Du hast nie gesprochen. Du bist, das Telefonkabel, all diese weirde Worte. Du warst alle hinter dem. Niemand musste die letzte Puzzle der Erinnerung hier bringen. Die wichtigste. Du. Ich? Ich ... Ich ... Du Vater wollte dich auszuhalten. Ich habe ihn überzeugt, dass du nur die Äquation konntest. Ich ... Ich ... Ich verstehe! Wie könnte du? Über die letzten paar Tage, du hast du ein kleines Erinnerung, was es bedeutet, in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Für die Erinnerung, die ... die hinter alle Worte, in der Nacht. Ich ... Wir haben das für Jahre gemacht. wer bist du ... wo bist du ... was hast du vor? Oh, wer bist du wirklich? Oh Gott, okay. Nein. Nein. Rachel? Whatever RETARD meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day that beautiful luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel. To notice the innocent little kid that sometimes act alone. Ich habe Rachel nicht gehasst. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want to say? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love. We all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there. In that very moment. In that... Confined... Horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Sag mir, was du von mir willst. I want to know, what you want from me. You have to keep going. To get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Oh, das hätte ich... Aber ehrlich gesagt, ich hab ja schon gedacht, dass da irgendwas nicht mit ihm stimmt. Aber ehrlich, ich hab nicht gedacht, dass das dein Bruder ist. Okay, wir hatten ja auch gar keine Hinweise, dass sie eigentlich einen Bruder hat oder sowas, ne? Ist schon ein bisschen rummig. Aber ja. Ja, und er war die ganze Zeit hier. Ja, er war die ganze Zeit hier, Leute. Müssen wir da hinten hin? Ja, wir müssen da hin. Also, ähm, ja. Ja. Ich hätte irgendwie gehofft, dass das ein netter Typ ist oder so. Aber... Oh, jetzt können wir antippen. Was ist das für ein Raum? Hat der sich hier die ganze Zeit versteckt? Ansehen. Das sind... Oh Gott, irgendwelche Bilder. Ich fände es cool, hätten wir den noch gesehen. Ich glaube nicht, dass wir den sehen werden. Schreibmaschine. Schreibmaschine. Da sind die Zigaretten wieder. Ich kicke erstmal das Ding hier an. Den Projektor. A few years have passed since I last used this old tape recorder. Ich glaube, du war in der Schule in der Schule. Ich denke, ein Testament sollte in einer Poised-Mannung beginnen. Meine Liebe Nicole, meine Lieblingsfrau, etc., etc. Poised, wavy, serious, irrevocable. Ich mag dich fragen, wie du bist. Wie bist du, Nicky? Du hast wahrscheinlich Angst, ich kann. Ich kann nicht vorstellen, dass du in diesem Zeitpunkt in deinem Reise, die Marks und Vögel von diesem alten Hotel bereits erwähnt haben. Du hast immer gut gemacht, zu lösen die Puzzle. In diesem, du hast sicherlich mehr als deine Mutter, als ich. Irving hat immer gesagt, dass du, nur du, du kannst die Angst und die Gefahr, die auszucht wurden aus diesen Hallen. Wir haben versucht. Wir warten. Wir waren schrecklich. Wir studieren. Wir listened. Wir listened zu ihr. Aber all der Liebe im Weltall war nicht genug, um die Mütter-Vowels zu bezeichnen. Die wide-open Augen. Die Teile der Licht. In deinem Zeitpunkt, im Raum. In dem hier und jetzt. Ich werde nicht mehr mit dir sein. Aber es ist nicht wichtig. Trust me, it doesn't. Ich habe eine neue Theorie, Nicky. Liebe ist und bleibt. Es ist in der wood du stand auf. In den Wäldern, die auf dieses Hotel stecken. Wer bist du? In der air we breathe. Und manchmal ist es lieb. Es lieb diejenigen, die nicht allowen es. Diejenigen, die es auszusehen, mit Indifference und diejenigen, die nicht erkennen können. Die Stärken immer erinnern ihre Licht, selbst nach dem Köln. Right? Es gibt viel Licht hier. Es gibt Licht. In der Tod. Ich möchte mich frei, von all diese Schmerz. Ich kann nicht mehr sehen, die Stärken. Ich bin zufrieden, in dieser... ...Limbo. Also, how are you, Nicky? Ich bin gut. Ich werde gut sein. Ich werde gut sein. Figure out what Rachel was saying, Nicky. Sie ist hier. Mörder. Wir haben die Möden umgebracht, glaube ich. Mörder. Hier ist ein Schlüssel. Hey, das ist unser Autoschlüssel, oder? Schlüssel. Äh, ins kleines Auto. Was? Ich habe immer noch absolut keine Ahnung, was hier los ist. Tür ist auch wieder offen. Äh, ja, du konntest auch so aufgehen. Ich warte immer noch auf den Moment, dass da was passiert. Und wo ist der hin? Wie kann er verschwunden sein? Das geht hier eigentlich gar nicht, oder? Hier macht das wieder... Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist ja gar nichts für mich, ne? Leonard war ein sehr besonderes Mann. Oh Mann. His soul war großartig genug für dich und Rachel. Ich wusste mein Vater's soul besser als jeder. Du warst nur ein glückliches Kind. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... Ich nur möchte, dass du mit der Wahrheit sagst. So warum nicht du mir erzählst? Über die Wahrheit sagst? Tell who? The Nicole, die glauben, dass die Beine zu essen war die schlimmste Tragedie? Und sie können nicht warten, um zu Ende zu Ende dieses Business und zu weg. No way, forgetting everything all over again. You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth. A truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen. I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain. Maybe better than anyone. Betrayal. Shame. Death. My family was destroyed. Just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us. And you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Okay. Mal was anklicken. Verstand da, dass wir zum Auto gehen sollen. Oder? Cool, dass wir aufmachen. Keine Ahnung. Ist das Auto? Mein Auto. Vielleicht das Auto. Mams Auto. Ähm. Oh Leute. Mir macht das Spiel sowieso schon Angst. So kann ich mein Auto nicht. Ich hab den geschlüsselt aufgehoben, ne? Wartet mal. Ich guck mal kurz. Wartet mal. Äh. 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 Ach so, wartet mal. Wir müssen was anderes machen. Ähm. Wir müssen aber ins Kofferraum. In den Kofferraum. Okay. Sag mir das zum Spiel. Wenn das geht. Nö. Vielleicht müssen wir in den Kofferraum von dem Auto. Auch nicht. Hey. Ach so, das ist vorne. Stimmt. Bei dem ist das ja vorne. Mams. Was haben wir bekommen? Äh. Äh. Was ist das? Eine Decke. Wasch sie. Wasch sie. Wasch sie. Okay. Ähm. Haben wir hier einen Waschraum? Wo ist der Waschraum? Wir hatten Waschmaschinen mal gesehen. Wo war das nochmal? Äh. Ich will mal den Waschraum aufsuchen. Falls ihr. Zurück zum Flur. Aber steigt nicht die Treppe hinauf. Okay. Zurück im Flur. Aber nicht die Treppe rauf. Okay. Okay. Aber die müssen wir da hoch, oder? Was ist hier der Waschraum? Ne. Das war der Heizungsding, ne? Ja. Okay. 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 Waschraum. Waschraum. Wo ist der Waschraum? Hier nicht. Wir müssen zum Waschraum. Ich denke mal, der ist auf jeden Fall im Keller, oder? Ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus. Oh Gott, oh Gott. Das Spiel bringt mich nach oben. Ne. Da geht's wieder runter. Ich will mal die Tür zu. Ah. Waschbecken. Das ist wie unsere, die wir anhaben. Anhaben. Die ist wie eine Bluse. Oh Gott. Wie konnte ich es vergessen? Ich... Ich sah alles. Ich war da. Alle die Pfeife waren in front of my eyes. A kid's eyes. Es war die gleiche Nacht als die Hockey-Game in Missoula. Reverend Foster war so busy mit der Präparationen, die Beobachtung für die Gäste für die Gäste, in der Timberline Church. Und meine Mutter, Claire, sagte, dass wir zurückkommen aus dem Spiel in Zeit, für die Distribution. Sie hat mein Vater zu helfen, und er kam mit der ganzen Familie. Du und Rachel. Ja. Ich erinnere mich wie es war gestern. Ich konnte nicht finden, meine Stücke. Ich panischte, und ich ging nach der Garage. Claire war da. Red in der Gesicht. Sieh, sieh, sieh. Sieh, sieh? Es war nur ein fleetinges Gefühl. Das ist warum ich es aus meiner Erinnerung aus dem Geheimdienst. Ich musste es aus dem Geheimdienst. Entstehend? Was war in ihrer Erinnerung? Es war nur nicht sie. Es war wie ein... ein verrückter Mensch. Ein... ein gefährliches Geheimdienst. Ich habe sie nie gesehen wie das, oder später. nicht sogar auf dem Geheimdienst. Und dann... sie put ihre Hände auf ihre Hände, exzaußtend. Sie smiled. Und da war sie wieder. Meine Mutter. Ich dachte, es muss nur die impressione, ein Moment. Ich hatte die Finale gegen Cold Springs High, erwähnt mich. Ich bin in der Auto, und schraubt meine Brücke in der Rückseite. Meine Hockey-Stick war da. Claire sagte, sie hat es geschnitten. Sie hat es geschnitten. Geheimdienst. Ich... 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 Geheimdienst! Wir... Wir sind da, auf der Zeit, und ich spielte. Das beste Spiel meiner Leben. Und das letzte. Claire war auf den Bleachern, empfiehlt mich und beheiratet. Und dann habe ich sie verloren. Für zwei ganze Zeit, glaube ich. Und später, als ich gefragt habe, sie sagte, dass sie verletzt hat, weil der Vater Marty O'Donigle war auf ihre Nerven. Aber es war nicht wahr. Es ist genug Zeit, um zurück zu dem Auto zu gehen. Nicht sagen es. Irving, nicht sagen es. Ich... 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 Ich war halt. Ich habe all die Richtung mit Rachel's Körper, und die Baby, die sie in der Brüche hat, in der Brüche, in der Brüche, in der Blanket. Oh mein Gott! Sie hat Rachel zerstört. Oh... Thank you, Nikki. Oh... Du hast deine Revenziert. Ich hoffe, dass alles, das dir, was du hast. Ich wollte, dass du mir helfen kannst, die Wahrheit herauszufinden. Du sagst nicht, dass Claire... Ich war nur ein Kind. Ich wollte mal ganz kurz Pause machen, einen Moment. So, ich hab die Katze drin gelassen. Ich guck mal. Ich hoffe, ich denk daran, das rauszuschneiden. Sonst, äh, ja. Tut mir leid. Jetzt, wir können alle wiederholfen. Was? Wait, woher gehst du? Listen, wir können alles herausarbeiten. Was passiert ist schrecklich. Aber alle die Hauptspieler in dieser Geschichte sind tot. Entschuldigung? Tot. Wir sind noch alive. Wir sind. Ich. Wir sind hier. Wir haben nichts gemacht. Das ist genau das, was wir falsch gemacht haben, Nicole. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Es ist schön hier. Rachel hat mir gesagt, dass es so viele Male gesagt hat. Aber ich habe nie gedacht, dass es so schön war. Wo bist du? Was? Irving. Wo bist du? Es ist so weit wie weit ich kann sehen. Beyond the mountains. Wo bist du? 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 Irving. Bitte. Ich warst in der Nacht für Jahre. Du hast mich frei. Und jetzt kann ich endlich in der Licht. Ich kann... ... und zurück... ... ... und her. Don't... Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my... ...tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. In another time. Beyond this... ...horizon of events. ... und her. Everything... ... is... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, mein Gott. ... 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 Ich krebe mich nicht um! Oh mein Gott. Allein. Was? Was? Äh, ist das Spiel zu Ende? Oh, okay. Äh, ja. Das Spiel ist Ende. Oder? Nein, noch nicht. Wie sind wir ins Auto gekommen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ach so. Nicole? Nicole? Yes? Nicole, es ist mir, Jenkins, der attorney. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich muss das Hotel nicht mehr verraten. Was? Das war Interferenz. Ich habe das nicht verraten. Was hast du gesagt? Ich muss das Hotel nicht mehr verraten. Du warst wirklich nett. Du warst. Danke. Oh, oh, ich weiß. Du bist der Chef. Und du hast alle recht zu entscheiden. Aber vielleicht sollten wir es darüber sprechen. Ich will verstehen. Diese Entscheidung. Ich bin zurück. Und ich muss hier bleiben. Okay. Okay. Aber sie sind immer da. Wenn du es möchtest, würde ich es sehr möchtest. Und wir können Essen auf Doc Smith's Diner auf der Bank haben. Rachel und Irving könnten mit uns kommen. Was denkst du? Es wäre so schön, alle zusammen zu sein. Mom, Dad, es wäre so schön. Ist sie verrückt geworden? Ich kann nur das machen, ne? Ist Rachel in uns? Ah! Ausschalten. Ausschalten. Es ist dunkel, ne? Es ist dunkel, ne? Ich werde hier mit dir bleiben, Papa. Mom, wir werden die Timberline zurückzubringen. Wir werden wieder wieder glücklich sein. Alles zusammen. Ja. Wie eine ganze Familie. Okay. Okay. Also wir hätten auch sterben können. Wir hätten jetzt noch nicht ausgeschaltet, wären wir gestorben. Okay. 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 Also ich muss sagen, an sich finde ich das Spiel ganz gut. Also die Story finde ich schon cool. Nur ich glaube, ja, die haben... Also man hätte lieber dann so einen roten Faden reinziehen sollen. Dass man halt von Punkt von Punkt gehen sollte. Statt halt dieses große Hotel zu haben, wo man halt überall hingehen kann. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Ich habe das auch in ein paar Bewertungen gelesen, dass das die Leute auch sehr extrem genervt haben. Weil man dann manchmal gar nicht wusste, wohin man musste. Ja, das ist jetzt nicht so herausfordernd wahr. Das habe ich mir gedacht, ne. Das erwartet man von 1G-Simulator auch nicht. Oder Walking-Simulator. Aber ich muss sagen, die Gesichter an sich sind schon cool. Die sind schon cool. Ich hätte zwar noch ein bisschen mehr Tiefe haben wollen. Das wäre cool gewesen. Aber, ja. So an sich fand ich das wirklich cool. Und ich fand das auch cool, dass es halt so ein bisschen... Ja, es kam so ein bisschen... Also es sah manchmal aus wie so ein Horrorspiel. Dass irgendwie gleich, wenn du um die Ecke gehst, irgendwas dir in die Fresse springt. So sah das wirklich aus. Und... Auch hier, dass die Türen zugegangen sind oder so. Ich habe mich ja wirklich an manchen Stellen schon total erschrocken. Ähm... Ich schon... Ja. Also ich bin froh, dass da nichts gekommen ist. Weil ich hasse sowas. Ich könnte sowas gar nicht spielen. Aber, ja. Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und... Ja. Also es wird noch zwei andere Sachen kommen. Die werden auch nicht so allzu lange gehen. Ich glaube, das sind jetzt neun Folgen. Das Let's Play. Ähm... Und... Ja. Ja. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gefunden habt. Ähm... Ob ihr vielleicht auch ne andere G-Simulator kennt, die halt auch so ne gute Story haben. Ähm... Es gibt halt ja auch viele, die sind total öde. Aber wenn ihr eines kennt, auch gerne in die Kommentare. Dann können wir uns das ja auch mal angucken. Ähm... Und... Ja. 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 Also so an sich war das Spiel eigentlich ganz cool. Wirklich. Also ich muss sagen, aber zum Vollpreis... Ich hab's auch nicht zum Vollpreis gekauft, muss ich sagen. Zum Vollpreis wäre das wirklich... Ich glaub ich enttäuschend gewesen. Ja. Okay, die Credits sind auch zu Ende. Okay. Also ich werd jetzt nicht nochmal das andere Ende machen. Weil ich glaube, das wird sich auch nicht viel auswirken. Vielleicht kommt danach noch was. Aber ich glaub, sie ist so ein bisschen verrückt geworden, oder Nicole? Ja. Es ist zu Ende. Okay, wir müssen sogar ein neues Spiel anfangen. Wir könnten nicht einfach das Ende spielen. Okay. Okay. Ich würd dann sagen, dann... Haben wir wieder ein Let's Play beendet. Und wie geht's? Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Spielvorschläge habt. Oder... Ähm... Wie ihr das Spiel gefunden habt. Und danke schön, dass ihr dabei wart. Und dann... Bis zu einem neuen Let's Play. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü